Willkommen zu einem kleinen Unboxing Video. Und zwar haben wir heute die erste Lieferung überhaupt von Shish Arabica bekommen. Habib, in dem Sinne viele Grüße an dich. Da sollten jetzt die Sachen drin sein. Wir haben vor allem Schläuche bestellt, Glasmundstücke etc. Wir sind ja auch immer welche, die so ein bisschen nach Reviews und Trends gehen. Beim Eis-Bazooka hatte ich ganz große Zweifel, ob das was taugt oder nicht. Ich wurde dann auch mehr oder weniger daran bestätigt, dass ich mir gedacht habe, nee, das ist nicht so prallig. Das habe ich auch von teilweise Kunden, die bei mir auch einkaufen oder bei uns einkaufen, bekommen. Die haben sich das bei anderen Shops geholt und waren auch nicht begeistert. Und jetzt, ja, einmal die Rechnung. Ich zeige euch mal einmal, wie das verpackt ist, bevor wir da weitermachen. Einmal RIP. Ihr seht, das ist optimal verpackt. Schön mit den Verpackungsflips. Und dann einmal ausrichten. Jau, das denke ich mal passt. Schauen wir mal, was der gute Habib mir so zukommen hat lassen. Also, man sieht hier schon, wie Mia Icicles heißen die, glaube ich. Das sind diese Stücke, die man in die Gefriertruhe knallt. Wo ist mein Mundstück? Wo ist mein Mundstück? Ich habe mir nämlich ein ziemlich geiles Mundstück bestellt. Das sind wahrscheinlich die Köpfe, genau. Wird es jetzt bei uns auch im Shop geben. Die, ähm, KS Vortex Köpfe. Wir hatten keine Vortex Köpfe mehr. Kaya hat keine nachproduziert. Und das hier, ich ahne es schon, ist mein, äh, mein Mundstück. Das ich mir bestellt habe. Hohoho. Yeah. Geil. Guckt euch mal das an. Und das Glas ist richtig schwer. Leute, richtig geil. Hammer. Gefällt mir saugut. Ähm, wird es natürlich nochmal ein extra Review geben zu. Aber das sieht auf den ersten Blick sehr, sehr gut aus. So, ich packe jetzt einfach mal. Das, was ich hier mit Zeitungspapier raushol, sind alles Vertex Köpfe. Gehe ich zumindest sehr, sehr stark von aus. Und da kommen schon die ersten. Yeah. Wow. Leute, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Diese Dinger sind riesig. Wow. Richtig geil. Okay. Ähm, Michi wird sich freuen. Michi hat nämlich auch gleich gesagt, so einen brauche ich unbedingt, so einen brauche ich unbedingt. Da hab ich gesagt, okay, pass auf, dann nehmen wir gleich einen mehr. So, weiter geht's. Und weiter die Nier-Icicles. Ich fasse jetzt mal hier bloß rein. Weil ich glaube, das sind, dürften jetzt nur noch Glasmundstücke drin sein eigentlich. Hier sind noch Köpfe. Aber mehr hatte ich meine Ansicht... Ach doch, die Silikonschläuche, sie mussten ja noch drücken. Wie Silikonschläuche? Ähhhhh. So. Wenn ich jetzt nicht drauf bin, ich wundere, aber ich möchte das Video nicht ewig lang ziehen. Ähm. Weil sonst seht ihr ja auch nicht, was passiert. Ähm. Weil sonst kriegt das euch nichts. Also wenn ihr hier seht, wie ich hier das Zeug auspacke, es geht ja darum, euch zu informieren, was neu reingekommen ist. Wow. Sehr geil. Wuhu. Mega stark. Jawoll. Wow. Sehr, sehr geil. Leute, wie gefällt euch das? Das ist ja wohl der Wahnsinn, oder? Schöne, satte Farben. Durchmesser ist ein bisschen kleiner als bei uns bei den Schläuchen. Würde ich jetzt auf Anhieb behaupten. Aber sie dehnen sich gut. Sie riechen auch nicht stark. Sehr, sehr geil. Also ihr seht, es ist einiges Neues gekommen. Ähm. Freut euch. Es wird jetzt die nächsten Tage... Ähm. Wahrscheinlich, wenn das Video online ist, geht's wahrscheinlich die nächsten Tage direkt online. Ähm. Und ja, in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Das war das Unboxing-Tutorial von ShishaArabica und bis bald. Ciao.